Hallo zusammen, mein Name ist Fabienne Weiss und ich unterrichte diverse Fitness-Kurses in der Sportarena im GAPKUS Saugsee. Für den Jahresstart habe ich euch drei von meinen Lieblingsübungen zusammengestellt. Die sind super effektiv und halten euch rundum fit. Legen wir doch gleich los! In der ersten Übung sind wir im Ausfallschritt. Wir schauen, dass das Knie über dem Fussgelenk ist und dass die Hüfte möglichst waagreich bleibt. Wir machen pro Bein 10 Wiederholungen. Die, die ihr mögt und das noch etwas schwieriger mögt, nehmen das Bein hoch. Noch zwei. Und ein. Sehr gut. Die nächste Übung ist eine Kombination zwischen dem Liegestütz und dem Climber. Für das gehen wir in die Vierfüßler Position. Wir nehmen die Hände unter die Schulter, kommen in den Stütz, schauen, dass der Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule ist und der Bauch immer aktiviert bleibt. Auch hier zeige ich euch verschiedene Variationen. Nummer eins, wir gehen in den Climber. Und dann direkt in die Liegestütze. Wir machen die Liegestütze auch auf die Knie machen. Auch hier machen wir gesamthaft 10 Widerholungen. Die nächste Übung ist für die Bauchmuskulatur. Für das rollen wir langsam Wirbel für Wirbel ab. Dabei versuchen wir das Becken möglichst parallel und ruhig zu halten. Bevor die Schultern an den Boden kommen, kommen wir wieder zurück hoch. Die Momente nehmen zur Hilfe das Bein zu. Auch hier machen wir 10 Wiederholungen. Umso langsamer, umso strenger. Der Bauch darf richtig brennen. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, besucht doch einen meiner Kurse. Alle Informationen findet ihr auf der Sportarena Webseite. Ich freue mich und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.